Hallo ihr Lieben, what's going on? Guten Morgen, schaut euch mal das Wetter an blauer Himmel und es ist richtig schön warm, die Pflanzen haben die kalten Nächte überstanden und in diesem Video möchte ich euch mal alle meine Citruspflanzen vorstellen, die ich habe. Das sind eine ganze Menge, zusätzlich werden wir die großen Pflanzen heute endlich auch nach draußen verfrachten. Ich hoffe ihr habt eine Tasse Kaffee am Start, zurücklehnen und genießen, los geht's! Ich würde sagen, wir fangen gleich mal mit dem allergrößten Baum an, den ich habe und das ist dieser hier. Das ist auch der zweitälteste, den ich habe, der ist jetzt ungefähr sechs bis sieben Jahre in meinem Besitz, aber in Wirklichkeit ist er noch viel älter. Hier mal zum Vergleich meine Hand, also der Stamm ist wirklich sehr massiv. Ich schätze ihn auf ungefähr 20, 25 Jahre, man sieht auch ein paar Früchte hängen noch und von diesem Baum ernten wir jedes Jahr ungefähr 4 bis 5 Kilo Orangen. Ich habe dazu auch ein paar Videos gemacht, die könnt ihr euch gerne mal anschauen, wenn es euch interessiert. Und der ist wirklich riesig, ich weiß gar nicht, ob man hier die Größe so voll einfangen kann. Und der blüht wieder ohne Ende, schaut euch das mal an. Also das hier ist ein Papierschnipsel, das sind keine Blüten, aber der Rest sind wirklich Blüten und der wächst ohne Ende, dem geht es super. Der hat den Winter auch richtig gut überstanden. Das ist eine Nabelorange, also keine Valencia, keine Saftorange, sondern eine Nabelorange, einfach so zum Verzehren schmeckt traumhaft. Dann hier im anderen Eck haben wir nochmal eine Orange. Die ist hier unten etwas beschädigt am Stamm hier, aber hinten ist die Rinde noch komplett intakt. Von dem her hat mir ein bisschen Sorgen gemacht am Anfang und leider Gottes hat er auch einige Läuse hier gehabt oder hatte immer noch die Blattläuse, die allermeisten sind allerdings schon, sind nicht mehr am Leben hier. Ich habe die behandelt mit Nützlinge und mit Nehmöl. Dazu mache ich nochmal ein separates Video, aber man sieht, dem geht es auch blinden. Schaut euch mal die Blüten hier an. Absolut faszinierend. Also da ist fast mehr weiß als grün. Dem geht es richtig gut. Der kommt jetzt auch raus an die Sonne, an die frische Luft und wenn es dann mal richtig regnet, dann werden die Läuse hier auch abgespült und der hat auch einen krass großen Stamm, finde ich. Also das sind meine beiden großen Orangenbäume auf jeden Fall. Ja, hier direkt daneben haben wir eine sehr schöne und große Pflanze und die wird am meisten gebraucht hier im Haus. Denn das ist mein Limettenbaum, das ist die Citrus aurantifolia. Es gibt ja zwei Sorten von, oder es gibt sehr viele Sorten von Limetten, aber zwei Hauptsorten, die Citrus aurantifolia und die Citrus latifolia. Die aurantifolia hat so kleinere Limetten, quietsche grün und auch quietsche sauer und die latifolia, das sind eher die größeren Früchte, eher hell, gehen schon fast in das Gelbe und hier hängen schon ein paar Früchte drin. Also ich habe so gut wie alle abgeerntet, ein paar hängen noch drin, aber das sind schon die vom neuen Schwung und der blüht auch ohne Ende, der hat leider auch ein paar Blattläuse abbekommen, aber was ihr hier seht, die sind alle nicht mehr im Leben. Wenn wir den rausstellen und hier mal Regen kommt und Wind, dann wird es die alle abnehmen. Also das sind alles nur noch die Hüllen, die hier drin hängen. Da lebt nichts mehr oder zumindest großteils nicht mehr. Und das ist eben, habe ich ein bisschen ein Problem hier im Gewächshaus, wenn die so dicht beieinander stehen, dann wenn du in einer Pflanze Blattläuse hast, dann hast du die meistens an fast allen. Aber das ist eine wunderschöne Pflanze oder ein Baum, man sieht auch, das ist so ein richtiger Hochstamm, also der geht hier richtig in die Höhe und beschert uns Jahr für Jahr eine richtig große und satte Limettenernte. Hier haben wir noch eine etwas kleinere Pflanze, das ist die Sorte Salustiana, auch genannt die Königin unter den Saftorangen, weil die Orangen hiervon, die sind wirklich sehr saftreich und die bekommt ihr selten im Handel. Wenn ihr sie bekommt, dann bekommt man schon aus zwei Orangen ein komplettes Glas Orangensaft. Und die ist noch relativ neu, habe ich letztes Jahr frisch gekauft und auch relativ dünn, hier so Bleistift dünn. Die habe ich hier jetzt auch etwas hoch gebunden, dass hier ein richtiger Wuchs zustande kommt. Das ist die einzige Zitruspflanze, glaube ich, die keine Blüten hat, das macht aber nichts, weil die hat wirklich nicht so gut ausgeschaut und das sind alles Neutriebe hier. Von dem her, da lassen wir ein bisschen Luft und Liebe und dann kommt da bald auch was. Daneben hier habe ich auch nochmal einen Hochstamm und der war letztes Jahr genau wie die Salustiana, so Bleistift dick wirklich und dieser Stamm, der ist sowas von gewachsen und sowas von dick geworden. Ihr seht mal das Unkraut hier unten, das muss ich nachher auch noch alles entfernen. Aber der Stamm ist richtig gut gewachsen, der war hier verzweigt überall, das habe ich alles entfernt. Und so könnt ihr auch aus einem kleinen Baum einen Hochstamm ganz easy züchten, indem ihr einfach die ganzen Triebe, die hier wachsen, einfach entfernt. Und ihr seht, das hat ihm richtig gut getan und hier oben ist letztendlich die Krone. Das ist eine Blutorange, die Sorte Moro, hier unten Samus, glaube ich, auch. Und die bringt sehr schmackhafte Früchte hervor. Ich habe bisher noch keine probiert, nur mal im Urlaub. Und hier sehen wir etliche Blüten und hier auch die ersten Fruchtansätze. Also aus jeder Blüte kommt eine Frucht und der schaut wirklich sehr gut aus. Hier hinten hat es auch noch Blüten, die muss man erstmal suchen, aber wenn die auf sind, und ich sage es euch, es duftet hier traumhaft im Gewächshaus. Hier haben wir noch eine weitere Vollblutorange, die Sorte Doppio Sanguinelli, so schreibt man die. Und die hängt hier noch voll. Das Komische ist, letztes Jahr hatte ich diese Früchte hier und die waren hier komplett durchzogen mit roten Linien. Das hat richtig cool ausgesehen. So eine richtige Vampir-Orange ist jetzt nicht der Fall. Das sind noch die alten Früchte, die werde ich jetzt noch entfernen, weil ihr seht hier, wie die hier runterhängen. Schaut euch das mal an. Die ziehen hier den ganzen Baum und den ganzen Ast hier runter. Deshalb, wie in meinen Videos, entfernt die Früchte von der letzten Saison, das Raub der Pflanze, so viel Energie. Die neuen hier, die könnt ihr noch am Baum belassen, aber die alten, die müsst ihr wirklich wegmachen. Und die blüht hier auch, hier oben, ohne Ende, überall neue Fruchtansätze. Die schaut richtig toll aus. Ja, hier ganz neu eingetroffen ist die Satsuma-Mandarine. Das ist eine frostharte Mandarine. Die kann anscheinend bis minus 8 Grad Frost ab. Und der Plan mit dieser Pflanze oder mit diesem Baum ist auch, dass wir den irgendwann mal auspflanzen hier ins Freie. Der schaut jetzt nicht so toll aus. Der ist auch mehr oder weniger so gekommen. Ich habe den jetzt auch noch mal runtergeschnitten. Und wie man sieht, hier kommen die ersten Triebe raus. Und der war hier schon bei minus 2 Grad raus. Die letzten, draußen die letzten Tage hat ihm überhaupt nichts ausgemacht. Genau wie die Meier-Zitrone. Das ist auch eine frostresistente Sorte. Und die treibt hier überall neu aus. Das sieht echt witzig aus. Schaut euch das mal an. Überall neue Triebe. Den habe ich auch zurückgeschnitten noch. Und der treibt aus ohne Ende. Ich hoffe, da kommen auch noch ein paar Blüten. Ach ja, schaut mal. Gerade davon gesprochen. Hier seht ihr die Blütenans oder die Blütenansätze. Aber das werden alles Blüten hier. Und hier haben wir jetzt noch zwei Bäume. Die habe ich bereits ins Freie gestellt. Das ist einmal mein absoluter Lieblingsbaum. Die Citrus Latifolia. Das ist eben genau die größere Limette, von der ich euch schon erzählt habe. Und die ist leider auch Opfer von Blattläusen geworden. Die habe ich auch mit Nehmöl behandelt. Und ich hoffe, wenn der nächste Regen kommt, dass hier mal Ruhe ist. Dass die alle abgespült werden. Aber man sieht hier, es kommen neue Blüten, es kommen neue Früchte raus. Von dem her, da geht es trotzdem richtig gut. Stellt eure Pflanzen so früh wie möglich raus. Die ist jetzt hier seit einem Tag draußen. Weil wir hatten hier noch minus ein, minus zwei Grad. Und die Limetten sind da ein bisschen empfindlich. Die stelle ich wirklich erst raus, wenn es keinen Frost mehr gibt. Dann haben wir noch eine Blutorange, die Sanguinello. Denn da ging es bisher auch gut. Aber die hat auch Blattläuse ohne Ende. Also die sind hier wirklich regelrecht explodiert im Gewächshaus. Dass natürlich auch wenig Luftstrom vorhanden. Und das mögen die Blattläuse. Warm, wenig Luftstrom. Und dann verbreiten die sich ohne Ende. Von dem her, der hat es jetzt heute auch raus geschafft. Und das tut dem auf jeden Fall gut. Ich gebe auch auf jeden Fall ein Update, wie es dem geht. Ja, das ist auch eine ziemlich coole Orange. Die ist hier so gescheckt. Die Sorte ist hier diese Variegates Sanguineum. Und der geht es auch super. Die treibt hier aus und bekommt neue Blüten ohne Ende. Ganz dunkelviolett hier. Die alten Früchte, die muss ich alle nochmal entfernen. Aber die, ganz ehrlich, ich glaube, ich habe die ein bis zwei Mal gegossen im Gewächshaus. Ganz hinten im Eck mehr oder weniger vergessen. Aber ihr seht mal, wie robust die Zitruspflanzen sind. Ja, und hier mein ältester Zitronenbaum. Ich glaube, den habe ich schon um die zehn Jahre. Das war, ja, ich glaube, mein allererster Zitronenbaum, den ich gekauft habe. Ich habe dazu ein Video gemacht. Radikalrückschnitt nach schlechter Überwinterung. Weil der, der wurde in der Garage überwintert und der hat minus 10 Grad abbekommen. Ich glaube, sogar noch kälter. Der hat einen Radikalrückschnitt bekommen. Und schaut euch das mal an. Ich habe euch ja versprochen, ich mache hier noch ein Update. Und hier ist es. Der treibt aus ohne Ende. Das ist so dankbar, wenn ihr das macht. Der treibt sogar hier aus. Schaut euch das mal an. Also aus dem Stamm raus schießt er hier überall neue Triebe. Und ich wette mit euch, da kommen sogar noch Blüten und Früchte. Und deshalb ist es so wichtig, dass ihr eure Zitronenbäume schneidet und richtig schneidet. Ich habe dazu zwei Videos gemacht. Die könnt ihr gerne mal suchen in meiner Playlist. Und das tut denen richtig gut. Also ein, zwei Monate später wird er hier rappelvoll sein mit Äste, Blättern und höchstwahrscheinlich auch Blüten. Ja, jetzt kommen wir langsam zum Ende. Das sind die letzten zwei. Das hier ist noch eine Valencia Orange, auch eine Saftorange. Also keine Nabelorange, sondern eine Saftorange. Und die, die war auch in der Garage und die treibt hier auch überall genial gut aus. Ich bin richtig happy. So ein paar Äste hier sind abgestorben. Die entferne ich nachher noch. Hier hinten auch. Aber all in all schaut die super aus. Und ja, so Neuaustriebe sind natürlich immer ein sehr gutes Zeichen. Ich glaube sogar, das ist die einzigste, die den Winter, ich weiß nicht, so nicht richtig gut mitgenommen hat. Ich bin nicht sicher, ob da noch irgendwas am Leben ist. Ich habe die jetzt schon zweimal stark zurückgeschnitten und die friert hier immer wieder zurück oder foult hier immer wieder zurück. Ich werde hier jetzt mal noch einen total Radikalschnitt machen und das bis zur Veredelungsstelle. Die ist dann hier unten. Das sieht man hier. Werde ich die zurückschneiden. Mal schauen, ob da noch was kommt. Wenn nicht, dann nehme ich auf jeden Fall diese Unterlage und veredel hier noch vielleicht einen Limettenbaum drauf oder auch von der Valencia Late nochmal einen Ast, sodass ich hier nochmal eine Valencia Late Orange habe. Aber dazu mache ich noch ein separates Video. So, das war es, liebe Leute, zum Thema Zitronen- oder Zitrus-Update. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch den dicken Brummer hier raushieven. Mitten im Freund, weil der wiegt bestimmt um die 100, 120 Kilo. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like da, ein Abo oder irgendwelche Fragen, wenn ihr irgendwas zu Zitruspflanzen oder zu euren Zitronenbäumen habt. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Ciao.